Hallo und herzlich willkommen zum Kino-Ressort bei Tagesschau24. Der französische Autor Florian Zeller gilt als einer der wichtigsten Dramatiker der Gegenwart. Seine Theaterstücke werden weltweit aufgeführt, Romane hat er auch schon sehr erfolgreich veröffentlicht und jetzt dreht er auch noch Filme und räumt auch da gleich wieder Preise ab. Seine erste Regiearbeit der Spielfilm The Father basiert praktischerweise auf einem seiner eigenen Theaterstücke und wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Einen natürlich fürs Drehbuch, einen für Hauptdarsteller Anthony Hopkins. Ohne den hätte Zeller nach eigenen Angaben den Film gar nicht drehen wollen und deshalb wartete er mehrere Jahre, bis der britische Schauspiel-Altmeister Zeit hatte. Was Hopkins den zweiten Oscar seiner Karriere einbrachte und die Besonderheit mit 83 Jahren ältester Oscar-Gewinner der Filmgeschichte zu sein. Wann sind Sie geboren? Freitag, 31. Dezember 1937. Sie leben zurzeit mit Ihrer Tochter zusammen, richtig? Ja, in meiner Wohnung. Nun, zumindest ist es das, was Anthony glaubt. Doch die Welt ist kompliziert geworden, seit der ältere Herr an Demenz leidet. Nein, Papa, was redest du da? Vielmehr erfährt man nicht über Anthony. Ich will dir helfen. Helfen? Wobei, es ist alles bestens, Anne. Denn vielmehr weiß er auch nichts mehr über sich. Eine enorme Belastung für ihn und Tochter Anne. Wer sind Sie? Das Drama The Faser taucht ganz tief ein in diese tückische Krankheit. In eine Welt, die nicht nur vor Anthonys Augen, sondern auch vor denen der Zuschauer mehr und mehr verschwimmt. Anne? Seltsame Dinge passieren um uns herum. Was soll der Unsinn? Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Was Einbildung ist und was wirklich existent, lässt sich irgendwann nicht mehr sagen. Wo ist sie? So hat der Film einen Weg gefunden, die Demenz zumindest ansatzweise spürbar zu machen. Was ist mit mir? Papa. Ein Drama, das einen mit voller Wucht trifft und durch Mark und Bein geht. Wer genau bin ich eigentlich? Eindringlich und herausragend gespielt von Olivia Colman. Hör auf, so zu reden. Und natürlich Anthony Hopkins. Ich werde meine Wohnung nicht verlassen. Gekrönt mit seinem zweiten Oscar. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen. Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein. Ein kammerspielartiges Meisterwerk, psychedelisch, gnadenlos und von Kopf bis Fuß einnehmend. Wie lange haben Sie noch vor hier rumzuhängen und das Leben Ihrer Tochter zu ruinieren? So muss Kino sein. Was? Danke für alles. Das ist er. Der Film, über den Angela Merkel zur großen Empörung der Bild-Zeitung im Kino gelacht hatte, während die Bundeswehr ihre Rettungsflüge in Afghanistan aufnahm. Keine Komödie mit Til Schweiger oder Elias Mbarek, sondern die Dokumentation Die Unbeugsamen über starke Frauen in der Bundespolitik und eine Abrechnung mit Sexismus im Bundestag. Amüsant fand die Kanzlerin vermutlich vor allem, was für eine peinliche Figur so manche mächtigen Männer der Republik dabei im Laufe der Jahrzehnte abgaben. Vielleicht sollte das wirklich kein Grund zum Lachen sein. Ein Trauerspiel ist allerdings auch wie ein Boulevardblatt einen Film über mutige Frauen in der Politik gegen die erste Kanzlerin der Bundesrepublik benutzen wollte. Das sind sie, die Unbeugsamen, Pionierinnen der Bonner Republik. Als Politik noch Herrensache war und eine Kanzlerin undenkbar. Wenn die Wahl gewesen wäre zwischen der besten Frau von allen in den 70ern und einem dummen August, wäre der dumme August Kanzler geworden. Der Dokumentarfilm Die Unbeugsamen erzählt vom langen Kampf der Politikerinnen gegen tradierte Rollenbilder für Partizipation und Gleichberechtigung. Eine filmische Zeitreise. Wenn man heute ins Parlament schaut, dann haben sie da sehr unterschiedliche Lebensstile repräsentiert in Kleidung, in Sprache, auch wie eine Frau sich inszeniert, ob sie sich weiblich zeigt oder nicht. Das waren Parlamentarierinnen in den 50er, 60er Jahren fast unmöglich. Kind und Karriere. Sie hat es vorgemacht. Mehr Frau seien in der Politik gewagt. Ingrid Matthäus. 1972 erste Bundesvorsitzende der Jungdemokraten. Auf Bonner Partiz wird sie wie ein Paradiesvogel herumgezeigt. Ein seltenes Exemplar. Eine Frau, die mit 26 Jahren Chef einer der drei großen politischen Jugendorganisationen ist. Finden Sie das normal, dass eine Frau ein solches Amt ausüben kann? Also ich finde das normal. Frauen mussten einiges aushalten in der Bonner Männerrepublik. Nicht nur dumme Sprüche. Wir haben auch nichts gegen junge Frauen. Sie schauen sich zum Teil ganz passabel an. Das ist richtig. Sondern auch Handgreiflichkeiten. Der Film lässt Politikerinnen von damals heute zu Wort kommen, die mehr Demokratie gewagt und der männlichen Geschichtsschreibung etwas entgegengesetzt haben. Über Parteigrenzen hinweg haben sie gekämpft. So auch der ersten Kanzlerin den Weg geebnet. Die zollte ihnen bei der Berliner Premiere Respekt. Mit ihrer Beharrlichkeit und ihrem Mut sind all jene, die standgehalten haben, auch heute noch echte Vorbilder für Frauen. Nicht nur in der Politik, sondern ich glaube in allen Lebensbereichen. Griechenland stolpert gefühlt seit Jahren von einer Krise in die nächste. Da war erst das Schuldendebakel und die folgende Wirtschaftsrezession. Corona ging an den Menschen auch nicht spurlos vorbei. Und im Sommer brannte dann noch gefühlt das halbe Land. Auch der Schneider Nikos hat mit seinem Geschäft schon bessere Zeiten gesehen. Mit seinem Gefühl für Stoff und Stil und mit seinen Preisen ist er irgendwie aus der Zeit gefallen. Die Kunden können oder wollen sich seine Qualität nicht mehr leisten. Also muss ein Ersatzplan her. Und so wird aus ihm in dieser zauberhaft poetischen Love Story der Hochzeitsschneider von Athen. Es tut mir leid, Herr Kerales. Die Zwangsvollstreckung betreffend ihr Eigentum ist von der Bank bereits angeordnet. Das war's dann wohl. Nach all den Jahren als leidenschaftlicher und überaus penibler Herrenschneider steht Nikos vor dem Aus. Das Familienunternehmen einfach gegen die Wand gefahren. Du musst dich ums Geschäft kümmern. Keine Sorge, alles wird gut. Der Plan? Was wird denn das da, wenn's fertig ist? Ein mobiler Straßenstand mit feinstem Zwirn. Doch für den schüchternen, reservierten Mann, er keine Idee mit Zukunft. Was kostet so ein Anzug? Also der günstigste Stoff, den ich anbieten kann, kostet 110 Euro pro Meter. Was soll das? Du machst dich lächerlich. Aber er ist auch ein Träumer und deswegen ist es ihm möglich, diese völlig verrückte und unerwartete Idee zu entwickeln und sich so neu zu erfinden. Also noch eine neue Idee. Verkaufst du Hochzeitskleider? Ich nähe keine Hochzeitskleider. Doch, doch, ich mach es. Statt teurer Anzüge gibt es ab sofort preiswerte Träume in Weiß, unterstützt von Nachbarin Olga. Ich würde gern gut nähen können. Eine Zusammenarbeit, die fruchtet. Es ist perfekt. Auf gleich mehreren Ebenen. Und doch ist der Hochzeitskleider von Athen keine 0815-Romanze und mehr als eine leichte Sommerkomödie. Ein authentisches Sozialdrama mit herrlich verschobenen Charakteren. Nikos. Meine ursprüngliche Inspiration war, einen Film über die Finanzkrise in Griechenland zu drehen. Aber diese ganz besonderen Eigenheiten der Hauptfigur haben uns in eine deutlich lustigere, hoffnungsvollere und optimistischere Richtung geleitet. Mein Sohn macht mir Schande. Deine Brautkleider sind für Näherinnen, aber wir sind Schneider. Zwar wirkt der Film manchmal etwas unentschlossen, welche Geschichte er nun genau erzählen will, macht aber in jedem Fall gute Laune. Wunderschön. Das war das Kinoresort bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.